Das sind doch tatsächlich meine dreckigen Nachbarn, die da drüben stehen. Aber man sieht sie nicht. Freut sich einfach nur, wenn es wieder vorbei ist. Dass meine gammlichen Nachbarn heute da sind. Silvester, Silvester, Silvester im Fernsehen. Ich höre meine Freundin in Skype deren Fensterscheiben. Silvester, Silvester. Da war ja noch nie bei uns los. Das ist ja krank. Wow. Hallo, Bali. YouTuber bei einem YouTuben. Oh, Junge. Rumpster. Wahnsinn. Trauen Sie, mein Goldengel. Ja, bin ich. Ich weiß nicht. Ich bin wahrscheinlich sehr dunkel. Ich sitze hier nackt in meiner Toga bei plus 30 Grad. Drauen Sie sicherlich, gell? Wie weit ist denn draußen? Ja. Hat's das Fenster offen? Rumpf. Jetzt kommen neugierige Nachbarn. Oh, das sieht man zum Glück gar nicht auf meine Hände. Ja. 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 Jetzt kommen wir mal nach. Unbedingt für glaste Scheiben. Ne, auf glaste Scheiben. Pani hat gerade das Wetter geschickt und gesagt, draußen sind sieben Grad. Ich habe 30 oder 27 oder sowas in der Richtung. Mir ist schön warm. Es ist so, so schön. Einfach nur Panoramafenster auf, rausgucken. Absoluter Zufall, dass ich es so erwischt habe, weil gegenüber meines Hauses Häuser abgerissen sind. Hat mal ziemlich freien Blick auf einige Stadtstellen und gleich mehrere Nachbarn, die da knallen. Sinnlos. Hier gelten die Luft und gleichzeitig Trommelfell vernichten. Hier hinter der doppelt verglasten Scheibe. Mir manchmal noch zu laut war und war ein, zweimal ganz schön gerumst. Da war sogar Rollo nach unten und es war trotzdem noch heftig. Bani guckt gar nicht mehr aus dem Fenster. Ich bin nicht so schön. Ich bin nicht so tiered. Ich bin nicht so schön. wanni deine fensterscheiben machen dann schön lärm mach die mal leiser brutal jetzt haben wir einen kleinen zeitsprung gemacht jetzt haben wir schon 0 13 aufnehmen dann tue ich aber schon 6 minuten geht ungefähr eine halbe stunde der kran früher hat mich das viel geld gebastelt mittlerweile 0 cent früher habe ich selber gekauft ich habe gerne bomben gebastelt das waren zeiten knaller und dosen und und so weiter kann man mich sehen ich bin heute sehr sehr müde nicht mein schlafrhythmus da liegt jemand in seiner höhle in skype das sieht lustig aus jetzt wird es noch mal nur 29 haben wir es jetzt so nur über 35 spiegelverkehrt wie ein 32 er ist aus der 35 heute war mein schlafrhythmus eigentlich so dass ich hätte 22 jahren spät hier müssen die ist so schwer so lange offen zu bleiben ich habe die schlauze voll gute nacht